Hallo, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über Sport. Und zwar über richtig guten Sport. Es geht um die Kieser-Methode, nach der ich selbst auch trainiere. Aber was steckt eigentlich hinter dem Kiesertraining? Und was macht es so besonders im Vergleich zu den ganzen anderen Konzepten, die man so kennt? Also, die Kieser-Methode hat in meinen Augen erstmal zwei entscheidende Vorteile. Das Konzept ist wissenschaftlich belegt, was mir persönlich besonders wichtig ist. Und das Training ist zeiteffektiv. Denn statt stundenlang im Fitnessstudio pumpen zu gehen, reichen bereits zweimal 30 Minuten Training pro Woche aus, um den Körper ganzheitlich zu stärken. Ja, das reicht tatsächlich. Denn bei Kieser steht ein super effektives High-Intensity-Training auf dem Programm, kurz HIT. Und das ist nicht an irgendwelchen Standard-Fitnessgeräten, sondern an eigens von Kieser entwickelten Maschinen, die auf dem aktuellen Stand der Forschung beruhen. So, und an genau diesen Maschinen trainierst du jetzt zweimal die Woche für 30 Minuten im High-Intensity-Modus. High-Intensity, das bedeutet übersetzt hohe Intensität. Klingt ja auch fast genau gleich. Und in dieser halben Stunde geben deine Muskeln auch tatsächlich alles und du trainierst bis zur sogenannten lokalen Erschöpfung. Sprich, bis der Muskel nicht mehr kann. Das dauert meistens so 90 bis 120 Sekunden. Und dann geht es weiter zur nächsten Maschine, um dort wieder Vollgas zu geben und mit jeder Minute ein bisschen stärker zu werden. Das Ganze funktioniert aus einem ganz bestimmten Grund. Hoch-Intensitätstraining zielt darauf ab, den Muskel maximal zu belasten. Und je intensiver diese Belastung ausfällt, desto größer fällt hinterher der Zuwachs aus. Sprich, deine Muckis wachsen, weil sie hart gearbeitet haben. Aber das Tolle ist, du musst da nur ein einziges Mal durch. Nach einem Satz, also nach einer Runde an den Maschinen ist Schluss. Und du hast mindestens 48 Stunden Zeit, um dich ganz in Ruhe zu erholen und zu regenerieren. So, also jetzt sind wir hier im Kieserstudio bei mir um die Ecke. Nette Leute, alles sehr gepflegt, aber vor allem finde ich das Training super, da ich hier, wie gesagt, so richtig schön an mein individuelles Limit gehen und mich auspowern kann. Zum anderen, weil das Training wirklich durchdacht und effizient ist. Und weil es eben einfach wirkt. Das wurde sogar schon in einer Studie mit 531 Teilnehmenden belegt. Rückenschmerzen waren nach dem Training für jeden vierten schon nach sechs Monaten kein Thema mehr. Neun von zehn fühlten sich leistungsfähiger und jeder zweite kam besser mit Stress klar. Und, das kann ich dir aus medizinischer Sicht noch mit auf den Weg geben, auch der Rest von deinem Körper freut sich, wenn du hier an den Maschinen trainierst. Denn mit jeder Einheit tust du etwas für dich und deine Gesundheit und senkst auch noch das Risiko für viele weitere Krankheiten, wie Typ 2 Diabetes, also die Zuckerkrankheit und Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ich sage nur win-win in jeder Hinsicht. Und das mit einem Zeitumfang, der auch in den etwas stressigeren Alltag passt.